habt ihr schon eine bestimmte klasse was ihr nehmt ja wir haben teils unsere klasse und schon alle also ich bin mate ich bin warte 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 ich hab euch gerade nicht die musik ist laut alter ist laut also wir haben magier einen fernkämpfer und zwei nahkämpfer so ich bin stufe 1 charakter erstellt die kapitel macht was mit der ruhe ich bin auf oder so der müssen sein pv in us mit der pv ach so sara wasser wasser da stelle ich mir jetzt direkt kann einer bitte redet von stehung wie krank bis seite new service also neu steht da und der vor der sie glaube ich ja auch richtig gut mal wieder neuen charakter erstellen was die wollten den nehmen okay aber es gibt es gibt ja verschiedene varianten von krieger deswegen ja ich bin noch am grübeln ob ich jetzt den 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 krieger oder den zerstörer nehmen das weiß ich noch nicht zerstörer beserker und krieger gibt es das sind alle nahkämpfer ach so was hast du eigentlich ein volk genommen na ich bin halt für magier immer elfenvolk keine ahnung das passt einfach zu magiern halt dann nämlich mensch oder nehmann die gar nicht mehr als wenn du hier als krieger mit den zwei klingen spiel wird in den ersten als da die sehen in ihrer rüstung später so geil aus bei dem extra ich nehme den ersten für den buchenschützer die sind da drinnen haben wir geils aus für dich für mich ja die sind diese dämonen abkletscher und die sind immer so richtig episch aus und ich nehme magier weil jetzt rüber haut eng und so der 1 ach gut okay jetzt gibt es immer berserker aber gibt sie noch oben zerstörer zerstörer und krieger sind die nahkämpfer die du meintest das werk zerstörer krieger da sagt besser kann eben hat die nun ja schon da muss jetzt ein bisschen jerry und patrick ab quatschen und die jetzt nehmen und krieger hat hat und der krieger der ohne war war das krägernicke hat das krägernicke gut hier ist da schon mal weg dann gibt es noch der zerstörer müsste es doch geben der berserker ist ja weg war die krieger ist weg achten krägernicke gut nun langer und das locker ist doch aber noch und zerstörer müsste auch noch irgendwo sein da zerstörer habe ich gut wie kann ich jetzt noch zu schuhe wie was willst du ich bin gerade überlegen zwischen berserker oder zerstörer ja wer zuerst klickt kriegten und wartung der lenzer schon hier ne zerstörer lanz und schild hat genau jetzt ist krieger weg also lanz ist noch da und zerstörer berserker und lanze ist noch da jetzt an nahe kämpfern der nämlich ganz der nämlich ganz gut lange schwanze lang groß schwanze lang groß und jetzt aber auf abschließend oder wir haben die karakter zusammenstellung ja das anfangs outfit sieht richtig komisch aus aber das kommt später er ist alles ich habe voll geil ich kann meine alten unter dem rock gucken ja du hast die schwarzen tanga ja 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 und ich eier sein also ich hab fünf Minuten für meine Olle gebraucht ja bestimmt da da boink boink da wer wird alle hat der gute Sonne so, ich bin fertig so, ich bin fertig Name-Online-ID Prankboy Pitbull der Krieg der Götter Kriegerstufe 1 mit Zerstörung und Schmerz schlug was nein sowas Mann ich hab's ich hab's anderen ausfällt machen Frankboy hat sich was angenommen war der war der Digger war der Digger war der Digger ich bin soweit ich hab ein Stück gerichtet was wird der Name eingeben Moment warte 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 ich hab's mit dem wir untergehen sogar maschinenlack jetzt hier so gut okay freunde pränky muss noch mal kurz neuer stellen aber jetzt schnell ist jetzt angekommen für die ist was angekommen gedrückt ja ist ja gut wotten longos schwanzes longos und abschließend was ich jetzt annehmen die heißt du ein achtel mann ein achtel mann jetzt steht das server aussehen es ist auch mal aus der einfach nur extra nahe müssen auf server server aufgehen und dann ist es ja und dann siehst du sein charakter wie er darum läuft er kommt entweder ein intro wie sie jetzt nicht mehr hatte ich muss den tun oder schrauben ich höre hier wirklich nichts alter ja mach ich auch gerade aber das ist aber alter macht er hier so pränky und ich sind zu meiner gruppe schräg ich bitte dich also für die oder die das ist Kalender wir müssen tun morgen wir haben sie es nun 1 8 du bist ja wirklich so ein kleiner panda so ein kleiner fuß wie ein ziel alter vor mir options hast du gedrückt halten ach so ihr drückt halten ja ja da ist der nächste oben links ist unsere gruppe und freundschaft wo kann man die freundschaft schicken du bist schon freunders wenn jetzt option ganz normal drückt steht ja da freunde ein achtel kampf post bekommen aber direkt sarah fasst oder wie das ding heißt also neu und den es mit es fängt an pv neu es fängt an so du machst du schon so winter wolf era goa irrigator würfel war die brenn ich nie da du ich brauche ich habe gucken dragon fighter ist mal nach draußen ein bisschen da ist er wird er bestimmt eher hier sein jerry options haben gedrückt halten ich bin schon annehmen l1 xx ja du hast unten so eine zwei seiten dafür ja du musst ein bisschen gucken also l1 die obere und normale sind halt die untere ja zwei sind deine normalen angriffe also steht halt an die heute gerade so du bist du für ein hässlich erdnusti hamsterbacke stürm verbrenne verbrenne du auch verbrenne verbrenne ahne ist ja ne bitch aber natürlich alter bin immer ne bitch ich bin die weiße blondine mit meiner keller bräune 20 minuten einer fährt noch mal die alles war noch smiley letzter zug was geht frau smiley er hat ausweiter jetzt haben wir zwei ob sonst was gedrückt halten macht das und annehmen so läuft bei uns hier sehr schön na denn prank boy psyche ein achtel dragonfighter sehr schön so du arschloch hast sammeln und helfen für die föderation um es ist ja alles überrascht entnehmen ja ja da geht es Kiran das Wurzeln sammeln hier hinten die Wurzeln die Wurzeln was ist hier die Sammeln ist ja wie die große Wurzel die große Wurzel hier hier sind die Türen achta, hä, hä, ne geht er ja nicht na ich muss zur Wurzeln hin und dann x gedrückt halten die müssen blau aufleuchten ach so, die leuchtet ja auch nicht noch weg mal ein bisschen weiter aber dann guck mal hier ja aber nicht ich kann hier warte mal warte mal seit gegrüßt ihr müsst bei so einer Wurzel ran die müssen irgendwie blau aufleuchten da müsst ihr x gedrückt halten das andere um zu helfen war ich gerade abgeschlossen ja dann ist er zurück zu den Typen am Anfang ja hab ich schon mal gemacht ich hab auch nichts eingesammelt kann sein, dass ihr müsstet wahrscheinlich alle annehmen aber wenn es einer sammelt hat es denn die ganze Gruppe wahrscheinlich irgendwie sowas denke ich mal äh, Rico ist gerade rausgeflogen hinter des Baumes ist Asha spricht mit Asha wo sind die, Alter? wo sind die, Achtel? da hinten ist die, Alter hallo? ja, Rico ja, hallo? wird einfach rausgeflogen, Alter mein Internet ist einfach gemeldet und pfff raus einfach ausjagd aber mit sich richtig musst du in die komische Arschtante hier hinten hier 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 ich springe da wo es dunkelblau leuchtet und springt mit der Fragezeichen über dem Kopf oder ein Aufrufezeichen irgendwas und dann müssen wir zu diesen komischen kleinen Hasenpuppsbär der hier rumläuft ich mach mal schauen ich mach mal schauen ich mach mal schauen ich hab schon ausgesucht so wartet mal kurz wartet kurz wenn ihr die den komischen Hafenbär hier in der Mitte angesprochen habt ich quatsch noch mal ich quatsch noch mal hab die 20 schon gefunden den ein Stück ja ich suche die höchste nach der erscheint erstmal kurz warten wo ist er denke ich geile sauer mal kurz ihr habt jetzt alle hebt etwas puppe vom gras in der nähe den bischen hat das ist ja ich nehme das mal ist bei euch akzeptiert allerdings auch vor du hast du auch es ist jetzt bei euch ein ich kriege ricko ricko hast du also ich bin jetzt ich komme zu euch gelaufen welche mission hast du ich habe immer noch diese stufe 1 diese dingen von den typen hier also du musst du hier zur wurzel hin die müsste blau aufleuchten bei dir hat der typen ausrufezeichen über den kopf oder so ein komisches symbol symbol so rotet ja dann hat es erst geschlossen so denn musste hier hinten die komische heunde baby hier ansprechen gedrohte aber noch bei euch ist jetzt eingesammelt oder wie ja ja und hier diesen komischen bär die entgegenkommt hier hinten hier bei mir steht durchsuche nach aschers papa immer noch ich muss das selber machen vielleicht bei manchen aber nicht bei allen wer weiß hast du da musst du hier in dem ein bisschen kurz rum glütschen das wird dieser bildschirm und dann hast du hier diese puppe auf dem boden habe ich gemacht die puppe auf dem sammeln gut und jetzt fragt jordan warum so angenommen wurde hier hinten ist die alter jetzt zeigte man frage sich ja da hat er 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 hat das weiß ich gar nicht phasen gras sammeln faser gras sammeln egal ja gras flieger vom feinsten sind war drückt ob sonst hast du öffne inventar halt gleich muss man die puppe reparieren was ist denn bitte bitte naja es hat er behindert wenn du die nahe wo ist die schwere puppe in deinem option drück option denn hast du inventar krass so gut boah das tut schwul ich hab meine geilen arsch mhm ich hab meinen geilen arsch ich hab meinen geilen arsch sich aber so sagen was uuh sexy oder er ist ja schön freiläufig auch noch sogar noch mit einem metal string naja digga so du musst dir unter den rock gucken ja meiner ist freiläufig so ushers puppe spiel mit usher und susu geht nicht gehen wir alle da ausm weg weil wir in der gruppe sind wie ihr könnt diese puppe nicht benutzen wenn ihr in einer gruppe angehört für das das auch gerade machen ist jetzt schwul oder gruppen die gruppe verlassen ist jetzt alles schwul oder wahrscheinlich das tutorial alleine machen oder so dann würde ich sagen wir sehen uns wieder wenn die tutorial vorbei ist in einer gruppe jedenfalls schwarze schwarzer pittschung für die hey eingesammelt die lade sequenz ja und jetzt ja spricht mit usher den komischen weisen als worte der mission war lassen die die zeit vergeht der flug gewährende haben jetzt komme ich zu der stadt wenn ich mich noch nicht noch nicht ja ja komm holen wir ab stufe 2 erreicht freundlich so neue fähigkeiten wir mal gucken torpedo attacke weil wir spielen wegen vom baum des krummers nein hallo da fährt ich keine feile selber wie weit seid ihr ein tutorial machen wir jetzt allein oder was richtig feld ja wir machen wüster stadt bisschen das monster erstmal alleine die bricht bist du wir haben gesehen uns wieder mit dem kurs hey 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 was hast du für eine leitung brudi ich meine da geht der gar nicht das ist ja doch schlimmer als micro sei nur weil das ist ja schlimm hallo so nachdem du das level abgeschlossen hast kommt ja hier nichts mehr musst du weiter laufen na toll warum sagt mir das keiner die beschissene sigmus die karte die ist total kacke so die asche hat jetzt wieder einen neuen quest für mich läuft bei mir und sich das für mich ja ja annehmen ja ja annehmen was ich war denn jetzt hier mit direkt spielen wir sind ja weg spielen man wenn es jetzt hier mit dem hier hätte er aufgesporen hat bitte beim dauernde hallo können wir kurz mal die ps hat gerade ein update heute früher zu ach so aber wo man mir eine zeigte von der zeit die ganze online zeige heute früh schon jetzt das thema update war ja deshalb die ganze daraus zieht sie gerade richtig verliebt das ding wir treffen uns also alle am schatten baum ich komme danach ich liebe magier sie geht kurz zu entschließen wird man sehr neu gestartet werden die playstation mein lustig scheiße die umarmen dicke zocken so geht auch wirklich hatten warum was sie auch immer macht es mir egal das kommt was beschützt da habe ich nach schluss waren die die menschen die man nutzt und kickeln kann das dinge war großtehn er ist so gebeten erwegs aus ein übler geruch liegt in der luft stinkender schlamm die man ist ja schnell da und zack alle raus zwischen oder weg als nächstes hin da lang begibt euch zum schatten bei der schwein so ich bin jetzt hier bei gemloch was bist du bei gemloch besser gennog glendock oder sehr komische stadt genau wie sind die weite tutorial neue tier ich mach einfach bis der boss kommt bis dieser komischen köter kommt ja klar weil dann schließt so eine weile und dann ähm das neu gespawert ich denke man dann ist so real eigentlich vorbei sollte es die länder auch genau da ist er muss alles einsammeln erstattet der Immunenbericht hat er gemacht hat er gemacht irgendwann die anderen stufe 3 muss man nehmen einfach muss ich jetzt in hessing kleinen mädchen folgen ja ja aus der stadt raus zum lagerhaus buch besserer bogen knorriger boot knuriger boot so kisten kisten und masterkisten aber diesmal kannst du deine waffen nicht verlegen so wie grad selber super oder doch zerstören kannst du sie ich guck mal kurz boh schon weggeworfen ok ja ja kurz raus Fertigkeiten ach ich höre die Fertigkeiten ich höre die Fertigkeiten die Namen der Wissen schon blablabla b ein k k ich strahl nach feier und so weiter und so fort alt erachtet würden jetzt wird spiel er wird berichtet heavy rain game weiter jetzt habe ich hier eine laterne fest ja 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 spiel spielen ja genau so dachte ich auch gerade so ist dann kam irgendwie gerade irgendwie mein hirn geschossen frage ich bitte nicht warum oder lass uns weiter stehen wir fertig sind vor allem in die rennen alter die strecke sollte den arsch entgegen so schnell hat die stadt angegriffen läuft oder schlecht verteidigt hallo ich entnehme ja 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 so jetzt spricht mit im mund wo ist denn immer und was da was gibt es ging aus dem lagerhaus bin dabei bezwingt den jetzt kommt der komische vieh klar die ob da kommt die 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 Ja, ich bin auf dem Weg. Hi, dude. Okay. Hi, Grif. Das war schon. Come on, Grif. Okay, das war noch nicht. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Ich habe nicht einfach zehn Ball, oder? Zwei? Das war nicht. Das ist ja schon eine richtige Ordnung. Das war auch wirklich schlimm. Ne, aber, u... so als Ankündling, schon recht heavy. Ich dachte, das war so ein kracher Typ, der macht sie durch. Ich mag ja auch, aber... ...hätten sie sich damit gerechnet, dass du... ...lange, du kannst du... habe ich gerade gemerkt das war das für ein feld er kommt drei habe ich schon runtergekloppt da kommt jetzt die sequenz ja ich bin nur durch ich muss es gerade gegen kämpfe warte bestie ich zeige mir mal was ein allmächtiger blick ist indem ich meinen ring in den arsch stecke der schattenbaum vor allem er droppt einfach da hinten weißt du er droppt einfach dumm sich ruhig mal das bessere einfallen lassen können ich blieb doch mal stehen kann ich euch behilflich sein was los haust du ab oder was du pussi so stimmt also war ja das ende gewesen ganz vergessen was musst du da ich habe mich in der hose echt krass doch so heftig schon mal kurz gucken was ist jetzt für eine fähigkeit ist ab ab da haben wir eine stadt sind alle können wir eine gruppe machen da versuchen wir dann am besten mal ach so das ist markierungsziel gut wir sind schon alle drin du siehst du mir rage ich bin bau 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 und bau bei die MM ich werde die folge baggert schwester ich werde die folge baggert was dagegen wo wäre ja hier dieser lappe brennend ich habe mich an die störe schwerfeuer das ist ja eigentlich schon mal das ist der heilungstrank des mps der trank ist das so alle müssen wir sprechen hier steht hier vorne wo ich von der typ war hier musst du quatschen mit dem haus und toll schön weil weil ich dachte es gehört noch zur endsequenz jetzt dazu weil dann bin ich erst ein level aufgestiegen und somit war es toll vorbei sprich mit ihm hier ist okay okay ich hab mal okay mein kopf und hier ist alles mit dir das geht gedrückt ja genau also ich werde kurz gucken wird war nämlich wie sie die wir sind heute das normale schießen wir auswächelt waren da die ersten angriff wird von mir als ein tränke ich habe interagieren ausweichen und dann dies welt aber wenn man sie sind ich ganz relativ simpel auf jeden fall mit den doppelseitigen page ist ein bisschen mehr als bei der war und alter die haben endlich ein auto laufen drin ist es so schön ich konnte da auch automatisch laufen ja patrick der macht hier schon wieder okay zehn sekunden verweihdauer für die tränke zu wissen habe ich jetzt einfach mal eiskalt gemacht die mutter die muts der richtigen schüchtern warte niko setz dich lieber ne rune rrrrr wie ist das jetzt alter oh da bin dabei guten tag guten tag die ist grad von präger weiter oh geil Schreifen heißt die Sitzkei wenn es nicht mehr kann jeder älter so traurig dich das ist meine Schnecke die Säge haben guck mal wie süß sich meine Olle ärgert warte ah mann warte so richtig knuffig deswegen liebe ich Frauen ja aber Frauen sind schon entspannt ich kann es über eine Runde und willst du tanzen? das behindert egal so nico wollte jetzt mal gucken also ich habe auf jeden fall den die ganze Zeit story nein war nicht mit Absicht egal sei froh dass wir kein pvp machen ja verpiss dich mal du machst gar nicht mit gerade warte komm her komm her komm her komm her ja du stirb oh wenn es das gehen würde und ungültiges ziel ja ja im besten Fall Inventar also der Magier hier in dem Spiel ist wirklich auf Flächenschaden aus das finde ich so geil so neue Rüstung auf jeden fall ja so was ist das überhaupt da hinten für ein Laden jetzt hier Waffenladen Waffenausbilder der Angriff der Angriff der Argon war brutal Magie 1.000 Freude kannst du dann lachen kannst du nicht machen Material Aruno und Steinrunde ja ich will nur pipi gehen lass mich in Ruhe Mann erspannert dann sind sie mich trotzdem hin oh ich soll es nicht drauf kacken ah sauberzeit sofort dann probieren aber auch abflinkstanz in den Warterschauen das ist ein Gegner von euch eine Hieb drückt die Fertig das ist aber beim zweiten Angriff auszuführen ich gucke immer ein bisschen durch die ganze Welt das ist ein feiner vorne ab der 5 fliegt bis zu 19 Meter wollen wir so wohl verstecken spielen ich sehe Draggy Fighter und Frau Smiley und jetzt ist äh Prankboy da ich wollte grad fuckboy hier waren psst ah danke im Treffer 20 Minuten sind schon oben tatsächlich achso ja ja wir müssten eigentlich schon Präsen machen und so ne Pause in der Mause Pause in der Mause ähm dann setzen uns jetzt alle da vorne hin im Kreise der Versammlung huh fährt und roche erstmal eine und gelegentlich schlecht auch jemand was snacken genau da im Kreise der Versammlung warte 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 du setzt sich hier hin du setzt sich genau auf der gegenüberliegenden Seite Patrick du setzt sich da 1 Gerry hinsetzen vi �legt rech wallet echt r1 nee nee du musst aufstehen wie ist das jetzt machen wir tanzen jetzt ein bisschen okay das muss ich jetzt nicht kommentieren oder warte warte jetzt kommt die andere rolle da machst du mit machst du mit machst du wenn uns kommen sie durch die priesterin bei mir sitzt Patrick in der Grafik bei mir auch ich habe meine Hand hängt irgendwie in der Grafik drin der ganze Unterkörper hängt bei mir in der Grafik ja seh grade aber du bist ganz so klein findest du nicht ja weil ich auch kein Mensch bin gut würde ich sagen dann haben wir uns gleich